genau wie ich bin heute eine runde lernte mehreren neues gameplay werden ihr werdet auch sehen worum es im spiel geht wenn ihr meinen alten account wieder bekommen und wenn ihr wollt das von anfang an anfangs habt ihr mir in den kommentare also ich werde probieren meinen alten account wieder zu bekommen weit war ich glaube von anfang es geht darum dass man ja das überlebende online so andere spiele online spiel wohl angeblich ja ich weiß ich habe wieder ein paar videos hochgeladen werde ich jetzt mal wieder bros der spiel wenn ihr bock habt müssen sagen bros das und wenn es geht schreibt in die kommentare was ich will spielt jetzt einfach und fragt ob du schon spielen wollen wenn es geht dann spiel ich das mit euch müssen wir sagen wir gehen auf den neuen server und auf den heißen wo er heiß ist ich weiß es nicht ich habe bis jetzt nie wirklich anders aufgenommen weil ich noch nie so weit gekommen bin wir hoffen dass wir beim der zombie zu retten den menschen zu zerstören jaja hautfarbe machen wir jetzt so schön mal so ein hachfarbe bad gar keine die so gut äh wir nehmen ich nehme nicht crazy toby also crazy 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 toby so das sind wir einfach crazy toby google play ja noch einen anderen google play account umstellen das heißt ähm ich werde nachher das ist einfach bespielen können dass das ich werde auch immer habe die hier nachher ich werde mir Mühe geben nicht zu werben ich bin der Team der nicht zu gestürzt ich bin der Team der nicht zu gestürzt ich bin der Mischungs meistens weil ich weiß es sind immer meine ja egal ich werde es noch nicht mehr ich werde es noch nicht mehr ich werde es noch nicht mehr das Leder-Spiel-Ado so und hier sind wir ich kann den Gameplay weg ob ihr seht jetzt kann ich das ein bisschen mehr sehen jetzt kann ich das ein bisschen mehr sehen und die Stecker so jetzt muss ich auslösen auslösen so 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 oh oh so unten dann dann die schweiß ich nicht mehr das krieg aber nun wer ist der mich direkt hier Was haben wir drin? Man hat den Dürer jetzt halt durch lag und den Videos können wir aufgeben. Liegt einfach. Okay, wir haben den Dürer geschlagen. Okay, gut. Man kann auch Hunde bekommen. Man kann auch Hunde bekommen. Und ja. Das ist die alle Aufgaben. Wir beginnen mit dem Software. Über den Konventer mitzuregen. Funktionsschalten. Hier haben wir jetzt 2 Minuten. Eine Kiste. Hier ist es ein Stück. Stütz. 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 Langsamer. So. Schrauben. Essen. Ich muss noch die hier einsammeln. Da ist noch der Echtboden. So. Dann werden wir zusammen. Das ist noch nicht so weit. Ja. Dann werden wir ein Stück machen. Und unten muss ich die Bauch sein. Das ist geil. Das ist geil. Wolli. Gott. Wolle Stein dann bitte? Nein. Ist nicht gut. Also. Ist nicht gut. Also. Lecker aufstehen. Oh. Lecker aufstehen. Oh. Lecker aufstehen. ähm ok Schicht erlernen Rutschicht erlernen Schichting erlernen und geladen der Seile so den Nächsten gehen wir nicht hin in der Box hier und das hier wird S Aunque das remember ich hab einen Mensch ich bin nie zu leise Ich hoffe es hat euch unheimlich lange die Folge gegeben und es weiter nicht. Vöbel abschließen. Aufschlag ihrer Reitersprung. So. Wie ihr seht, hier sind fünf Städte. Einheiten für mich reingehärgert. Egal. Ich bin ein paar Blute haben, kann alles gemarktbar aus. Wo wir nun ab und alles. Alles ab und wir werden reparieren dort die Wände. Die Wände sind einfach nur ein Basis mit der Folge. Wie gesagt, da werden noch ein paar Videos dazu kommen. Und auch noch eine Regeln, die sich jeden Sonntag an und vorgebe. Ich habe nächste Zeit Ferien, da kann ich noch mehr Videos machen. den reichen Weg kann man es einfach ausnehmen so, wir müssen jetzt die Mitte das ist nicht so das kann ich jetzt noch ein bisschen weiter bis zum Glück haben wir es raus jetzt noch ein bisschen spüren im Video machen so, ich habe die gleiche Plattform Wir haben kein Wettbewerb, die wir einbauen. Einfach ein Video. Tja, gut. Das wird... ...hier. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Und ja, ähm... Wenn man brauche und nicht das Game-Tone... Wie gesagt, kommt richtig. Die Grafik geht auch. Grafik ist total wie du lagst. Ich habe ein ganz richtig gefallenes Video. Mal ja. Mal ja, super. Like-Button. Abo. Äh, ja. Hallo. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.